Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hallo Frau Neuner, ich bin Anne. Hallo, guten Tag. Wie fanden Sie denn die Gegend? Wunderbar, diese Landluft. Wir haben bisher immer nur in der Stadt gewohnt. Aber es ist sicher nicht ganz einfach ohne Auto, oder? Fährt hier ein Bus? Ja, ich weiß, dass es hier eine Buslinie gibt. Gleich um die Ecke ist die Haltestelle. Ach, das ist ja prima. Was kostet denn eine Monatskarte? Puh, das kann ich Ihnen gar nicht genau sagen. Ich fahre immer mit dem Auto. Ich glaube, sie kostet ungefähr 60 Euro. Ich kann aber nachher meine Mutter fragen. Sie ist auch immer mit dem Bus gefahren, als sie noch hier lebte. Ach ja, das wäre nett. Danke. So, da sind wir. Ich schließe das Haus mal auf. Sehen Sie? Man steht direkt in der Diele. Hier links ist die große Wohnküche. Ah, das ist ja wirklich sehr ursprünglich. Ja, nicht wahr? Die Fußböden sind alle aus Holz. Wir haben immer Teppiche darüber gelegt. Aber in der Küche hatten Sie keinen Teppich, oder? Nein, das geht nicht wegen des Ofens. Nur dort hinten, wo die Eckbank ist. Da hatten wir immer so einen Stoffteppich, den man waschen kann. Hm, was ist denn das für ein Ofen? Kann man darauf auch kochen? Ja, natürlich. Es ist ein Holzofen. Man kann, sehen Sie, hier den Topf draufstellen und richtig kochen. Und hier kann man eine Klappe öffnen. Sehen Sie? Und sogar Brot backen. Oh, ein Holzofen. Ist das nicht kompliziert? Ich kenne nur Elektroherde. Da gewöhnt man sich schnell dran. Aber schauen wir doch weiter. Hier neben der Küche ist das Badezimmer. Huch. Ja, man gewöhnt sich daran. Der große Boiler hier wird ebenfalls mit Holz beheizt. Und, äh, wo ist die Toilette? Die ist, sehen Sie mal hier aus dem Fenster, auf dem Hof. Sie meinen das Holzhäuschen? Ja, man gewöhnt sich dran. Und hier ist das Schlafzimmer. Das ist aber klein. Und ich sehe hier keinen Ofen. Wie wird denn das beheizt? Wir haben uns immer eine Wärmflasche mit ins Bett genommen. Das ist alles Gewohnheitssache. Ich weiß nicht. Wie groß ist denn das Haus eigentlich? Insgesamt sind es 50 Quadratmeter. Klein, aber fein. Dazu kommt noch der Stall. Der ist recht groß. Es waren einmal 40 Kühe drin. Den dürfen Sie nach Belieben nutzen. Sie haben ja ein Kind, oder? Ja, meine Tochter. Richtig. Wie alt ist sie denn? Sie wird bald 18. Und was macht sie? Geht sie noch zur Schule? Ja, bis nächsten Sommer. Dann hat sie ihr Abitur. Na, das wäre doch perfekt. Bauen Sie doch den Stall für Ihre Tochter aus. Dann hat sie ihr eigenes Reich. Sie sind doch Schreinerin, nicht wahr? Dann können Sie ja viel selber machen. Ja, ich bin Tischlerin. Ach ja, stimmt. Nun, Holz ist Holz, oder? Sind Sie selbstständig? Nein, dazu müsste ich den Meisterbrief haben. Ich arbeite bei Axel Herger Tischlerei in Mannheim. Auch gut. Da weiß man wenigstens, was am Monatsanfang auf dem Konto ist. Und Ihr Mann? Ja, ich bin alleinerziehend. Mein Mann zieht hier nicht mit ein. Na, dann ist das Haus auf jeden Fall groß genug für Sie und Ihre Tochter. Haben Sie Haustiere? Nur ein Aquarium. Das macht ja wenig Lärm. Prima. Obwohl der Lärm hier auf dem Land auch nicht stören würde. Meine Mutter hatte immer Ziegen. Aha. Nun, wird hier denn noch irgendetwas renoviert? Ich frage, weil mir die alte Wohnung schon gekündigt wurde und ich dringend etwas Neues brauche. Renoviert? Nein. Nur die alten Stromleitungen. Sehen Sie hier? Werden noch unter Putz gelegt. Sonst zahlt unsere Gebäudeversicherung im Brandfall nicht. Aber das geht schnell. Das kann mein Bruder am Wochenende erledigen. Gut. Das heißt, ich könnte direkt am nächsten Ersten einziehen? Das würde ich sagen. Ich muss das alles nur erst mit meiner Mutter besprechen. Ich melde mich am Montag bei Ihnen. Passt das? Ja, das passt. Dann habe ich auch noch ein paar Tage zum Überlegen. Das mit der Toilette auf dem Hof und die Holzöfen und der Stall. Ich muss das mit meiner Tochter besprechen. Anne, sind wir nun mit dem Besichtigen fertig? Wer war denn heute alles da? Frau Neuner, Herr Gabler, das Ehepaar Semmler und die beiden Frauen aus Hannover. Herr Gabler? Wer ist denn Herr Gabler? Den Namen kenne ich gar nicht. Herr Gabler ist der Metzgermeister aus Dorsten. Ach ja, der mit der Dauerwelle. Nein, das ist der Herr Semmler. Er hat die Dauerwelle. Herr Semmler hat eine Dauerwelle? Als Pfarrer? Seltsam. Herr Semmler ist kein Pfarrer, Mama. Herr Semmler ist Friseur. Eine der beiden Frauen aus Hannover ist Pfarrerin. Und die kommen extra zu uns, um zu predigen? Seltsam. Nein, die wollen nicht predigen. Die wollen vielleicht in unser altes Haus einziehen. Mit ihrer Tochter? Nein, Mama. Die Tochter gehört zu Frau Neuner. Das war die mit den Ziegen? Nein, Mama. Die Ziegen hattest du. Die haben wir doch zu Herrn Gabler gebracht, als du ausgezogen bist. Zum Friseur? Was sollen die Ziegen beim Friseur? Mama, Herr Gabler ist der Metzgermeister aus Dorsten. Ach, und der hat jetzt die Ziegen? Ja, so ungefähr. Frau Neuner hat ein Aquarium mit Fischen. Ja, Fische schmecken auch gut. Es war ein langer Tag heute. Ich weiß gar nicht, für wen wir uns entscheiden sollen. Warum geben wir das Haus nicht dem Ehepaar Semmler? Ein Pfarrer im Ort ist immer gut. Weil Herr Semmler kein Pfarrer ist, sondern Friseur. Und weil der Beruf des Mieters eigentlich egal ist. Mir ist das nicht egal. Ich hoffe, keiner ruft mehr an, der das Haus anschauen will. Wenn ich dir raten darf, nehmen wir Frau Neuner. Die braucht dringend eine neue Wohnung. Und sie war sehr nett. Nicht so schnell, junge Dame. Ein weiblicher Metzger ist mir etwas unheimlich. Und dann noch mit Dauerwelle. Außerdem hat vorher noch der Neffe vom Bürgermeister angerufen. Er möchte vielleicht den ganzen Bauernhof kaufen. Mit dem müsstest du nachher nochmal nach Kleindorf gehen und ihm das Haus zeigen. Also gut. Verkaufen wäre vielleicht auch die allerbeste Lösung. Thomas Müller? Guten Tag, Herr Müller. Werkstatt Heinz hier. Beck ist mein Name. Herr Müller, ich wollte Ihnen nur mitteilen, Ihr Auto ist noch nicht ganz fertig. Was? Aber es sollte doch schon gestern fertig sein. Eigentlich schon, aber wir mussten das kaputte Teil direkt beim Hersteller bestellen und es ist noch nicht angekommen. So ein Mist. Ich brauche das Auto ganz dringend. Wir wollten doch morgen früh nach Österreich fahren. Es tut mir leid, dass wir die Reparatur nicht wie geplant bis zum Wochenende erledigen konnten. Bis wann soll das Auto denn jetzt fertig sein? In zwei Tagen melden wir uns bei Ihnen. Das ist zu spät. Bis morgen Abend muss es unbedingt fertig sein. Herr Müller, wir können Ihnen für Ihren Urlaub einen günstigen Leihwagen anbieten. Das kommt für mich nicht in Frage. Ich will lieber mit meinem eigenen Wagen fahren. Das tut mir leid, aber bis morgen können wir Ihren Wagen nicht reparieren. Dann informieren Sie mich unverzüglich, sobald der Wagen fertig ist. Werde ich tun. Nochmals Entschuldigung für die Umstände. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Einen Tag später. Ist zurzeit nicht persönlich erreichbar. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Signalton. Besten Dank. Guten Tag. Mein Name ist Schwarz von der Werkstatt Heinz. Wir haben gute Nachrichten. Sie können Ihr Auto heute ab 16 Uhr abholen. Außerdem hat der Einbau nicht so lange gedauert wie erwartet. Die Reparatur kostet insgesamt 450 Euro. Auf Wiederhören. Einen Tag der Duft стоит. Die kaufen hier fern und püren. Untertitelung. BR 2018